Ja, guten Tag und ganz herzlich willkommen hier in unserer Medien-Arena-Felddienstgespräch zur Vorstellung unseres neuen Trainers Christian Heidel. Dazu darf ich Sie alle ganz herzlich hier grüßen. Für Sie hier oben auf dem Podium als Ihre Gesprächspartner natürlich unser neuer Trainer Christian Heidel, unser Sportvorstand Axel Schuster und unser Sportdirektor Domenico Tedesco. Zunächst einmal bitte ich oder gebe ich das Wort weiter an Dirk Groß-Schlamann. Herr Schuster, ich habe noch kurz eine Frage und zwar, wie sieht es aktuell bei Herrn Heidel aus, der in den letzten Monaten ja vermisst wurde, ist ein bisschen ruhig geworden in den letzten Wochen. Wie ist der Scheiß der Dinge da? Kann Herr Tedesco mit Herrn Heidel zum Trainingsauftakt rechnen? Ihr wisst ja alle, dass ich grenzenloser Optimist bin. Das Ergebnis ist, dass es eine eher außergewöhnliche und seltene Verletzung ist, das was der Trainer eben gesagt hat, ein Abriss des Beins. Ein Abriss sagt man dazu, das ist dann der Überbegriff dafür. Menschen haben dinsert 오랜만, je την ab tonight. Schweig, wir haben zusammen zusammen und gehen mit bei Herrn Heidel, seeいるn wir, wie wir sind jetzt noch immer wieder Geopolitzen aufhältige und wir wissen, dass wir die Liebe in dieser Stelle gehen ja jetzt übertrütteln. bis zum nächsten Mal. So, wo dann ist die Liebe, die Liebe, die Liebe, die conne temporären формativen aufweisen, würden wir tun, warum Herz. Diehe, dass wir es mit Beins eigentlich estas Chance haben, Vielen Dank.